Ich schalte jetzt ein, ist alles klar, jetzt kannst du loslegen. Ich stehe hier im Pfarrsaal, liebe Frauen, und wir stehen seit einer halben Stunde schon bald an für unsere Kinder, weil die möchten in den Sommerferien an Sport und Spiel teilnehmen. Und da die Plätze sehr begrenzt sind auf 60 Kinder pro Woche und die Nachfrage noch sehr, sehr groß ist, muss man hier, wie in der DDR, schon früh genug dabei sein, ansonsten gehen unsere Kinder leider leer aus. Deswegen, wir warten und haben, wir haben jetzt 15 Uhr, nicht ganz 30. Eine halbe Stunde seid ihr schon hier, sind schon mehrere Frauensee. Genau, und ab 18 Uhr wird erst die Pforte geöffnet. Also muss man drei Stunden Wartezeit einkalkulieren, Stühlchen mitbringen, Genau, Kaffee mitbringen, oder nach Piet gehen ein Leckerbierchen trinken zwischendurch. Das geht natürlich auch. So ganz zufällig. Naja, ist gut, alles klar. Wie Wochenende, mit Kolde Pöte. Besten Dank, jo. Jo, alles klar. Tschüss. 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 Vielen Dank.